Warum tut er das, Alter? Wommel, du spaßt! Boah, ey! So machen wir zum Auto heiß! Er ist zu dumm! Komm weg, komm weg! Er hat doch irgendwas gesagt! Das war ziemlich gut, Oben! In einer Skala von 1 bis 10, wie dumm war das gerade? 100! Ich denke auch! Haben wir uns erstmal heiß gemacht im Auto, Zeit fürs Belästigen! Danke, dein Arm!